Es war Ludwig Satz, das war ein Akteur, das war ein komiker, das war ein tragischer Akteur. Er war mein Mentor, Ludwig Satz, ich habe nur gewollt sein an Ludwig Satz. Der Stegar hat als Sachrollen gespielt, mit Schmink, mit geriefen Make-up Schmink damals. Er macht seine Beerdlachen und alles, es war komisch, er konnte eine dramatische Saison spielen, es war eine größere Akteur.